einen flauschigen tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal in dem heutigen video holen wir uns die neuen kostenlosen sachen vom fortnight content update ab denn ich habe gehört hier gibt es auf jeden fall eine menge wir haben hier einmal die den wüsten rucksack dann haben wir noch mal auch so dass in dem anderen stil dann im dschungel ach so das ist wahrscheinlich die rucksäcke von der maria und das hier sind dazu die spitzhacken ok bis auf jeden fall schick haben wir uns jetzt gegönnt meinem shop ist hier eine neue spitzhacke reingekommen wenn euch irgendwas außen shop kauft dann könnt ihr gerne mein creator code detail wir eintragen würde mich kostenfrei unterstützen ansonsten würde ich sagen was vom kleinen knackigen video rein und wir sehen uns morgen um 15 uhr und schau leute so und wollen ok Bis zum nächsten Mal.